Also die Stimmung bei den Kunden war wirklich unterschiedlich. Teilweise ängstlich, teilweise gereizt, vorsichtig auf jeden Fall. Also die neu eingeführten Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln mussten die Kunden am Anfang natürlich auch erstmal lernen. Für die Kunden waren das natürlich besondere Herausforderungen. Die Reaktionen der Kunden waren sehr verschieden, aber taubtäglich auch wirklich positiv. Wenn mal was fehlte, die Maske oder Hände desinfizieren, wenn man sie daran erinnert hat, haben sie es immer gemacht, waren auch total verständnisvoll. Das Warten in der Schlange, es war schon sehr extrem teilweise. Bedingt durch den Schichtdienst, den wir hinterher eingeführt haben, konnten auch nicht so viele Leute wie normal gleichzeitig bedient werden, was aber den positiven Effekt hatte, dass die Abstandsregeln eingehalten werden konnten. Ja, und der Kunde hat sich sehr, sehr schnell daran gewöhnt. Mit dem Lockdown kam ein Bewusstsein und da hat man sofort von einem Tag auf den anderen gemerkt, die Leute gucken, lesen und beachten die Regeln. Ja, die Kunden haben sehr gut auf die Maßnahmen reagiert. Die meisten zumindest waren sehr froh, dass wir das machen. Wir haben viel Dank bekommen. Dass wir eben die Stellung gehalten haben, weiterhin für die Kunden da waren und haben sich wirklich auch sehr vorbildlich an die Maßnahmen gehalten, die wir ergriffen haben. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020